Hi, ich bin Nadja, aka JustNuddle. Ja, ich würde sagen Volleyball. Definitiv spiele ich schon sehr lange und ich möchte gar nicht mehr ohne. Ich will die nicht beantworten, muss ich? Dann nie wieder Anime. Nie wieder Manga. Ich würde sagen Blue Giant. Der Demon Slayer Manga ist echt gut. Ich würde sagen, als ich so gemerkt habe, dass viele Follower echt happy sind, wenn die meine Videos sehen und sich dann auch bedankt haben dafür. Das war schon schön. Vor einem Monat in Japan. Perfekt. Ich würde sagen, wenn er emotional ist und die Charaktere, wenn du dich so richtig gut mit denen verbinden kannst und mitfühlst in dem Manga, dann sind halt auch Sachen wie Zeichenstil eher zweitrangig. Aber klar, wenn es perfekt ist, dann muss auch der Zeichenstil stimmen. Also wenn schon, denn schon.